Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Eure Sandora und euer Fleck. Ja, es ist mal wieder Sonntag. Genau, wie bei uns auf dem Kanal. Gewinnspielzeit. Ja, irgendwie hat sich das gerade so... Sind wir so in dem Flow? Ja. Und zwar machen wir ein Gewinnspiel von The Unwilkommend. Genau, es ist ein Rätsel-Puzzle-Spiel, wovon wir zwei Steamkeys für euch haben. Genau, dazu habt ihr Zeit bis zum 7.9.2018 um 19 Uhr. Genau. Dafür müsst ihr uns in die Kommentare schreiben, warum ihr dieses Spiel haben möchtet. Genau. Und für alle, die das Spiel noch nicht kennen, Sandora, die hat da schon zweimal oder zwei Folgen von gemacht, zwei Videos von gemacht. Genau. Die werden wir hier auch verlinken. Also ich war schon in zwei Räumen zu Gange und ich muss sagen, also es wird mir der Zeit nicht einfacher, aber es ist echt schön gemacht. So finde ich jedenfalls. Von der Atmosphäre her auch. Ja. Also ist schon echt cool. Ja. Ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt und euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst doch ein Abo da, haut auf die Glocke. Ja, genau. Ja, und dann sagen wir... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.